Eigentlich müsste ich euch ja durch ein Feuer fotografieren, das wäre besser. Mach mal, mach mal. Das ist doch irgendwie komisch. Wieso hast du denn dein Klavier kaputt gemacht? Weil es im Arsch war. Sagt aber auch nicht mehr schön aus und nicht mehr dekorativ. Es sah wieder schön aus.